Ja, ihr habt auch eine ganz süße Bluse, so eine kleine Tunikabluse, die hier vorne geraucht ist, hier oben halb schwitzen, hinterhalb auch schwitzen. Der Blickfang ist dann dieses Strassbändchen, das sind dann auch so ein kleines Kettchen. Zeig mal. Und diese Bluse, die ist auch für 39 Euro, ist die runter auf 15 Euro. Die Arme, ihr könnt ja so richtig schön shoppen, denn hier vorne sind nur ganz kleine Grumibändchen. Also die ist wirklich eine ganz, ganz süße Bluse, die die auch jederzeit tragen können. Für 10 Euro haben wir dann auch ein rosa, dieses schöne Shirt, das gibt es auch 10 Euro. Also wie gesagt, das ist auch von 79, 960, 950, 940, 930, 920 auf 10 und 15 Euro reduziert. Denn wir schmeißen jetzt richtig raus, dieses ist auch für 10 Euro. Okay. Denn wir haben jetzt einen kompletten Räumungskauf, genau, das ist Dienstag und am Samstag schließen wir alle Pforten, aber dafür sind wir noch bis 18 Uhr da am Dienstag, äh, viel mehr am Samstag. Also am Samstag schließen wir den 24. September. Und der Brulli ist auch für 10 Euro. Wir haben sogar noch einen Teil für 5 Euro, wie ich gerade, ist auch ein tolles Wettchen. Ist auch von 24.50 auf 5 Euro. Oder auch dieses hier. Das könnt ihr jetzt als Kleid tragen. Oder auch als Tunika. Oder als Long-Pulli. Also da kann man richtig viel, die könnte man mit dem Längs tragen, wenn die Hins oder auch anderweitig. Die ist jetzt auch auf 15 Euro reduziert, sieht auch ganz süß aus. Und das kann man auch ganz gut tragen, von Rösses bis Rösses XXL. Dann haben wir auch dieses Sweety, die Hose ist auch 15 Euro, hier vorne ist ziemlich krass, sehr tolle Blickflammen. Oder auch hier selber ein Pin drin drauf. Mhm. Oder auch diese Bluse hier für 15 Euro. Und vorne ein Fahrrösch hier, ein paar Jecken und auch ein bisschen gequächt hier. Sieht auch ganz klasse aus. Ja, dann haben wir auch hier, auch nochmal, für 15 Euro. Sieht auch ganz toll aus. Die Karten gehören dazu, sogar noch eine Kette drauf. Oder dieses Shirt, bin da, kann losgehen. Das geht auch für 15 Euro. Sieht auch ganz klasse aus. Fällt auch ganz gut aus. Geht auch wieder tragen, von klein bis groß. Ja, das heißt so, von S bis XXL. Dann haben wir auch dieses freche Pulli. Bla, bla, bla. Die Karten mit Strasssteinchen, Socken süß. Noch ein schön kuschelig weiß sind, die alle anziehen und nicht mehr ausziehen. Gibt es auch ein Pink. Jetzt haben wir eine Farbe Pink-Tunnel, sehe ich gerade. Wenn da kein losgehen, haben wir den auch nochmal. Für 15 Euro. Also wie gesagt, wir haben hier super Preise. Oder ein All of Dior, auch für 15 Euro. Auch recht, ich habe hier vorhin schön in der Strass verarbeitet. Ja, dann haben wir auch für euch diese süße Mickey Mauskopf in der Strass. Ist jetzt auch für 15 Euro. Und Tunika, fällt auch ganz gut aus. Ist auch für 9,20 auf 15 Euro. Das ist für 9,30 Euro, das ist Pui, auch auf 15 Euro. Sieht auch ganz toll aus. Ja, dann haben wir auch noch meinen Bärenfarbe. Das fällt jetzt schon wieder. Die sind sehr weit ausgeschnitten, die großen Sachen. Die halten hier sehr schlecht auf die Bügeln. Haben wir jetzt auch für 15 Euro. Ist auch sehr hübsch. Ihr könnt als Kleid tragen. Ja, gut, sieht. Kann man auch gut. No, als Kleid tragen, finde ich. Na, oder als Tunika. Und der Blickfang ist damit im Mauskopf aus Strass. Ist auch ganz süß gearbeitet. Das ist für 15 Euro. Also, ja, hier auch die super Preise. Hier ein Nickel, das ist jetzt der Panelsamen, das ist ein richtig tolles, weiches Material. Bla, bla, geht es auch für 15 Euro. Also, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, damit auszuräumen, das Lager richtig herzuräumen. Denn für 15 Euro habt ihr wirklich super Sachen. Und auch dieses Tunika. Hier unterhalb dann nochmal mit Paletten gearbeitet. Dann noch eine kleine Knöppelspitze. Das ist richtig super geklöppelt. Also, sieht einfach klasse aus. Dann haben wir auch nochmal, in diesem dunklen Bärenton, für 15 Euro die Mittelmaus. Für unsere Mittelmausliebhaber. Sieht halt auch ganz süß aus. Hier nochmal, Niki. Die ganze Mittelmaus. Auch für 15 Euro geht's. Ist auch ganz klasse. Und ist auch richtig schön weich, kuschelig weich, das Material. Das sind super Qualitäten aus Italien. Passend dazu haben wir für 15 Euro, für 29 Euro die Hülsen. Das sind super Stretchhosen, sind das. Die fallen auch ganz gut aus. Und auch tragen die kleinen Bistros, weil man die sich ja hier oben gut verstellen kann. Die sind mit Taschen drin. Also für 15 Euro haben wir die Hülsen, die ist auch zweimal da. Dann habt ihr für 10 Euro, diesen schönen süßen Kaffee, Cappuccino. Wir haben Kaffeetassenbecher. Ist auch da, mit 10 Euro. Oder wer ist auch ein bisschen eleganter mag, den Frischlbrüchen für 15 Euro Paris. In Rot sieht auch ganz klasse aus. Ja, wir können auch so sagen, ihr könnt ja auch schon mal ein bisschen vorsorgen. Bald ist ja Weihnachten. Nikolaus und solche Sachen kommen ja, gibt's bald. Dann hättet ihr normalerweise ganz tolle Geschenke für 15 Euro, für 10 und 15 Euro, würde ich sagen können. Dann könnt ihr meine Hülsen jetzt schon Freude machen, nehme ich einen Vorkauf. Versteckt das und gebt das am Weihnachten oder irgendeinen Tag raus. Oder auch zum Gebäudstag. Für 15 Euro habt ihr jetzt auch die Bluse hier, die ist mit den Goldknöpfen, dann die Seite mit dem noch nochmal hochgearbeitet. Das ist jetzt auch für 15 Euro. Oder auch die hübschen Blute, mir reicht sich die Schaukeln. Ja, da seht ihr euch auf die Schaukeln. Der reicht ist jetzt wirklich, das ist jetzt ganz tolle Kuschelpulli. Für 9 Euro für 15 Euro. Oder nochmal Blablabla, in Rot. Das ist auch nochmal da. Jetzt sind wir ja von der Farbe, Rosa, Blablabla, Rot gehen wir jetzt rein. Das kann ich nochmal erwähnen. Oder auch für 15 Euro. Diese Mickey Mouse und Rot, das könnt ihr als Kleid oder als Tonika tragen. Das könnt ihr immer so gut vielseitig tragen. Oder Beauty. Ist auch so hübsch gearbeitet. Und die Sachen sind auch alle Maschinen waschbar. Das heißt, die Strasssteinchen bleiben auch drauf. Auch bei den Pullis. Gibt es auch für 15 Euro. Auch für 39 Euro, also wie ihr seht, die macht ihr auch gut drauf. Tolle Angebote habt ihr ja hier. Und auch dieses hier. Ist auch der hübsch. Das Tunika. Gibt es auch langen. Das ist auch für 15 Euro. So. Und den Rauch. Und dann?